Jimmy Blue Ochsenknecht Offenheit über seine Finanzen als »Wilde Kerle«, Star, Jimmy Blue Ochsenknecht, bekannt aus der Filmreihe »Die wilden Kerle«, hat in einem Interview ungewohnt offen über seine Finanzen gesprochen. Der Schauspieler und Musiker verriet, dass er in der Vergangenheit nicht immer gut mit seinem Geld umgegangen sei und einige Fehler gemacht habe. Er erklärte, dass er früher viel Geld ausgegeben habe für Dinge, die er nicht unbedingt gebraucht habe, wie teure Autos oder Designerkleidung. Mittlerweile habe er jedoch gelernt, besser mit seinem Geld umzugehen und investiert es lieber in Immobilien und andere langfristige Projekte. Ochsenknecht betonte, dass es wichtig sei, sich frühzeitig Gedanken über die eigene finanzielle Zukunft zu machen und sich nicht von kurzfristigen Späßen verleiten zu lassen. Er hoffe, dass er mit seinem offenen Umgang über seine Finanzen auch andere junge Menschen dazu ermutigen könne, verantwortungsvoll mit ihrem Geld umzugehen. Ich bin dankbar! wijcht und Vielen Dank.